Ich bin tot. Viele Soldaten mehr seit denen getötet. Und Regalas Truppen erscheinen... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie stand. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Blut der Ziehen. Du bist gekommen. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Pfarrlicht besiegt hat? Ja, du bist uns bekannt. Ich bin Dekka, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hecaro? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Kaum. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Ziehen. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Na schön, gehen wir zur Häuptling Hecaro. Er ist im Thronsaal. A-Kon. Es ist... defekt. Unvollständig. Die Zehn waren treue Soldaten, die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Als es Zeit für den Kampf war, stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Alle Tenakt wollen ihrem Beispiel folgen. Vor dem Häuptling war dies eine der wenigen Sachen, die die Clans gemeinsam hatten. Die Ma – wenn es die Tiere steht, dann ich kann meinen Papa. Ich warte ihnen mal einen viertenmögen. Da habe ich ihn mir schon mitgeführt. Du lässt sie unbesiegbar klingen. 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 Du hast eine Aufnahme. Diese Kiste spricht mit... Aber jetzt ist da vor allem... Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Oseram-Stöberin. Sie wollte sie... Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Tja, die Daten hier... Delta Juliet 9. Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weitmanns Halt. Verstanden. Wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9 Ende. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Oseram wollte sie für Scherben verkaufen. Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehen meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten... Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmasch... Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt. Welche Opfer diese alten Soldaten... Wenn ich mir diese Aufnahmen finde, bringe ich sie zu dir. Mein Fokus kann Funkwagen aus diesen Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Der Häuptling ist drin. Bin bereit. Gut. Es ist unter dem Thron. Ich sehe dich bald, Fremd. Die Retterin von Meridian. Es heißt, du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt. Und ihren Champion Grudda besiegt. Im Zweikampf. Beeindruckend. Ich traf auch Verschaff dort. Er beschrieb dich als Ehrenmann. Und Krieger. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschellen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Nein, ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird. Auch deins. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da und es... Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Meine Marschelle sind tot. Ich brauche deinen Speer. Hilf mir, meine Feinde zu besiegen. Und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Marschelle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Ich werde für sie kämpfen. Hütten, deren Frieden bedroht. Und du auch. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Versuche es. Vielleicht gelingt es sogar. So oder so musst du kämpfen. Mein Plan kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Gut. Was brauchst du? Mehr Marschelle, um den Stamm zusammenzuhalten? Dazu können Krieger nur ernannt werden durch einen Urteilskampf namens Kulrut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulrut. Doch da ist noch mehr. Aus Angst vor Regalas Angriff, weigert sich einer der Clans, seine Kämpfer zu entsenden. Du musst nach Norden und zwingete Koti, den Kommandanten des Himmelsklans dazu, seine Besten zu schicken. Ich soll ihn zwingen? Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kulrut nicht mit nur zwei von drei Clans abhalten. Marschall Kotalo wird dir helfen. Er wurde im Fahrlicht verkrüppelt. Aber er ist nicht nutzlos. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinkwöl geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Falls du Fragen zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Du hast also gesehen, was im Keller ist? Habe ich. Am Tag meines größten Sieges. Was meinst du? Über Generationen kämpften die drei Clans um die Kontrolle über diesen heiligen Boten. Mir allein gelang es. Jahrelang kämpfte ich. Mähte alle meinen Weg nieder. Als ich schließlich alle Rivalen getötet hatte, stand ich ganz allein im Hain. Nur ich im Glanze meines Sieges. Dachte ich zumindest. Da donnerte es im Osten. Und ein blauer Blitz schlug ein. In die Kammer. Da er stirbt. Und Äther kommt. Um mich herum wurden die Visionen des Hains lauter und heller. Und plötzlich tauchte eine neue vor mir auf. Die Alten sprachen. Und was sie sagten, veränderte alles. Was sagten die Alten dir? Jene namens Faraday sagte die Gefahr durch die Maschinen voraus. Und dass wir sie nur gemeinsam stoppen können. Sie rief die Marschelle zum Erhalt des Friedens auf. Und ich sah sie nie wieder. Ich kennzeichnete die Stelle mit meinem Speer. Am mir Faradays Worte zu Herzen. Entsagte dem Krieg zwischen den Clans. Lehrte Krieger, Maschinen zu bekämpfen. Seitdem herrschte Frieden im Stamm. Bis zu Regalas Angriff auf Fahrlicht. Und die Kammer unter dem Thron. Gingst du nach der Vision rein? Genau. Es ist ein uraltes Gerät darin. Du wirst es selbst sehen nach der Kulrut. Da steht... Verscharf nannte Regalas deinen größten Fehler. Das geht dich nichts an. Wirklich? Ich kämpfte in Fahrlicht gegen ihre Truppen. Und kenne nicht mal ihr Problem. Sie... ...war die tödlichste meiner Marschelle. Die Spitze meines Speers. Was ist passiert? Vor allem verabscheut Regalas die Kaja, die ihre Brüder lebendig verbrannt. Als wir die roten Raubzüge zurückschlugen und die Mauern von Fahrlicht einrissen. Da hoffte sie, sie bis nach Meridian zu jagen. Sie erkannte den Preis eines solchen Kriegs nicht. Oder den Segen des Friedens nach dem Tod des verrückten Königs. Als ich Avads Flehen Gehör schenkte, drehte sie durch. Nannte mich Verräter. Forderte mich vor den Marschellen heraus. Und wie hast du darauf reagiert? Wirst du eine Tenakt, wüsstest du, dass man so etwas nicht ablehnen kann. Sie war nicht leicht zu bezwingen. Ich habe sieben Narben aus diesem Kampf. Die anderen Marschelle wollten ihre sofortige Hinrichtung. Doch ich konnte unsere Verbindung nicht einfach trennen. Ihre Treue war ebenso grenzenlos wie ihr Zorn. Ich verschonte sie. Doch sie sah diese Gnade als Demütigung an. Der sie nie entkommen wird. Also will sie deinen Tod. So ist es. Doch damit nicht genug. Sie wird nicht drohen, bis alle drei Clans mit ihr gegen Meridian marschieren. Wer weiß. Wenn sie Maschinen kontrolliert, könnte sie es dem Erdboden gleich machen. Wäre nicht der erste Versuch. Habe ich gehört. Ich tue, was du willst und gehe nach Norden zu Tekoti. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Ich werde mein Versprechen halten, wenn du Erfolg hast. Sprich mit Dekka, wenn du rausgehst. Entschuldigung. Vielen Dank. Die Arena ist geschlossen. Kehr um. Die Arena ist geschlossen. 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 Kinder ist ges sauces Catholics... Dieада ist geschlossen. Okay. 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 Oh, das muss Steinball sein. Gut, hallo sollte hier auf mich warten aber... Vielleicht ziehe ich mich erstmal um. Das bring ich später einem Färber. Da ist Kutalo. Was beobachtet er da? Was ist das für eine Schalterin aus dem Ost? Da muss ich mir vor, was sie noch alles können. Was sie für uns bauen können. Das Tal wimmelt von Regalas Rebell. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen... Manche reiten sie. Andere treiben sie voran. Einige zerlegen sie sogar. Und holen sich ihre Kanonen. Es wird keine leichte Reise. Wir sollten aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Dekote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Nicht so schnell. Ich brauche etwas mehr als das. Warum treiben Regalas Truppen wohl Maschinen durch das Tal? Es gibt ähnliche Meldungen aus anderen Klagen. Die Rebellen sammeln Maschinen aus der Wildnis. Doch ihre Kontrolle über sie scheint nicht von Dauer zu sein. Darum treiben sie sie in Lager. Aber dort geschieht irgendetwas, das ihnen... Das ihnen dauerhafte Kontrolle verleiht. Eine Zwei-Phasen-Überbrückung. Das Bollwerk steht seit der Geburt unseres Clans Felsenfelt. Hinter ihm wählt sich Dekote unverwundbar, denn er weiter Hekaros Befehlen trotzt. Werden eine Fremde und ein verstümmelter Marschall ihn nicht umstimmen. Dein Häuptling sieht das offenbar anders. Nur aus diesem Grund stehe ich noch hier und rede mit dir. Woher weißt du, dass Dekote nicht auf uns hört? Eine Schlange in ihrem Bau. Hört nichts als ihr eigenes Rasseln. Komm schon, mehr hast du nicht für mich? Hekaro nach kamst du vom Himmels-Clan, bevor du Marschall warst. Ich muss wissen, was du weißt. Dekote ist nachtragend, kleinlich und intrigant. Besäß er Mumm, hätte er Hekaro längst angegriffen. Stattdessen legt er hinter dem Bollwerk nach dem Häuptlingsamt. Wartet und hofft, dass seine Feinde sich schwächen. Weißt du jetzt genug? Vorerst. Du warst bei der Gesandtschaft. Reich. Tut mir leid, wegen der anderen Marschalle. Ihr Tod bleibt nicht ungesühnt. Das muss noch heilen. Trotzdem kann ich Schädel spalten, die es verdient haben. Gut, dass du auf meiner Seite bist. Und, wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoten. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Oder uns heimlich vorbeischlacken. Keins davon wird einfach. Ist es nie. Bringen wir es hinter uns. Hast du deine Bekriege? Hier nach. Ich will nur reden. Mein Druck riecht bald auf. Wir schließen uns den Weg. Nein, ich will nur reden. Ich will nur einen Hain an. Ich will nur ein Hain an. Ich will nur den Hain an. Okay. Jetzt muss ich sagen, was Sache ist. Gutes Essen ist nicht selbst sein. Ah, lieber. Gutes Essen ist nicht selbst sein. 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 Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsclans? Ja. Der Clan hat es über Generationen verteidigt. Gegen wen? Die anderen genackten Clans. Du siehst essbar aus, wenn man dich kocht. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Als du den Hain verliest, woher wusstest du, dass ich Hikaru helfen würde? Wenn der Häuptling jemanden überzeugen will, schafft er es. Die Wellen voraus. Sie weiden eine Maschine aus. Bitte sie. Hey, wachsam sein. Es greift jemand an. Hey! Hey! Wir haben dich nicht gesehen. Alarm! Wir haben eine Maschine beschlossen. Was ist denn für die Siegesuito? Wir sammen was ihr Geht mit ihnen? Hab ich einbilgen gesehen? Wir kommen hier auch wieder zu ganzig. Hier, sah der Rest klein aus. Das war's. Okay. Vielen Dank. Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Diese Rebellen sammelten Maschinenteile, vielleicht für mehr Überbrückungen. Und die Koti will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Mehr Rebellen. Mehr Lichtung. Wie voraus. Alles sicher? Ja. Mehr davon. du willst suchen suchen wir ich halte dich auf es ist Und jetzt zur Hölle! Macht sie fertig! Gehen wir! Gehen wir mal! ein steinfall hast du gesagt dass die rebellen seit tagen hier durchziehen bis die koti bemerkt dass er unterlegen ist könnte das teil schon überrannt sein vielleicht könnten wir ihn umstimmen da sind wir das bollwerk sagt wenn du soweit bist dann kündige ich uns an das gebe ich einem färber wir sollten nicht Untertitelung. BR 2018